Ja und damit ein recht herzliches Willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute wieder zu einem Minute Monday. Und zwar geht es heute ebenso wie letztes Mal um die Struktur, die einem einfach das Editen leichter macht. Und dieses Mal schauen wir uns aber nicht eine Folder Structure an, sondern wir schauen uns an, wie man das Ganze in DaVinci Resolve strukturiert aufbauen kann. Drum reden wir gar nicht weiter um den heißen Brei rum, sondern wir fangen direkt an. Eine Minute, auf geht's. Also, heute geht es um Clipfarben. Denn mit Clipfarben ist es nämlich super einfach möglich, die Struktur im Edit sozusagen zu verbessern. Wir haben hier einmal einen Clip von einer Screenaufnahme. Und diesen Clip wollen wir sozusagen unten haben. Und wir legen jetzt einfach mal verschiedene andere Clips oben drüber. Dabei ist es aber so, dass wenn wir das normalerweise machen, das eben beispielsweise so aussieht. So, wenn man das jetzt so nahe sieht, dann sieht man natürlich hier die Vorschau und weiß, welcher Clip was ist. So, wenn man dann aber rausgezoomt ist, ab einer gewissen Zoom-Range sozusagen, wenn dann auch beispielsweise noch andere Clips irgendwie drin liegen und oben drüber und ja, ihr kennt es selber wahrscheinlich. Irgendwann wird es ein bisschen hektisch. Und wenn das dann zu viele Dateien sind, wird es unübersichtlich und man weiß nicht mehr, was genau was überhaupt ist. Und ein einfacher Trick, um das Ganze eben zu vermeiden, ist den Clips Clipfarben zuzuweisen. Das machen wir nämlich einmal hier im Edit, beziehungsweise in unserem Media Pool. Und dazu gehen wir jetzt einfach mal auf unsere Bildschirmaufnahme und machen die Bildschirmaufnahme unter Clip Color Orange. Und unsere anderen Clips, die ersten drei, machen wir jetzt mal einfach grün. Und die nächsten drei machen wir blau. Sinnvoll ist es natürlich, das Ganze zu strukturieren. Das heißt, wenn man eine Bildschirmaufnahme hat, macht man die immer orange. Wenn man sozusagen eine Facecam hat, macht man die beispielsweise eben immer grün. Und irgendwelche Effekte oder B-Roll beispielsweise ist dann blau. Somit sieht man auf einen Blick, was was ist und kann das Ganze eben besser beurteilen. Beispielsweise weiß ich, dass mein Ton einfach nur auf dieser Spur hier liegt und ich diese unteren beiden zwei Sachen gar nicht brauche. Denn die sind in Slowmotion beispielsweise gefilmt und haben gar keinen sinnvollen Ton. Aber wenn man eben das Ganze farblich sich sozusagen in die Timeline reinlegt, hat man eben dadurch einfach einen viel besseren Überblick auf was was überhaupt ist und sieht auch mit einem Blick, was eventuell fehl am Platz ist oder was noch fehlt. Falls euch dieser kleine Tipp zu DaVinci Resolve gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kostet nichts und ihr verpasst keinen Minute Monday mehr. Ansonsten bedanke ich mich natürlich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!